Der WIBEN ist ein wunderbares Netzwerk, das verhaltensökonomische Fragestellungen behandelt, sowohl für die Politik im weitesten Sinn, als auch für die Ökonomie. Teamwork is everywhere. Companies develop teamwork, because it makes them more productive. Die Hauptsache ist, dass Menschen in Gruppen besser sind, sie denken besser, sie machen bessere Entscheidungen. Aber das ist nur klar, wenn Menschen in der Team kooperieren können. Wir müssen also Lösungen finden, um die Kooperation in der Team zu verbessern. Wir haben in unserem Unternehmen über 60 Prozent Frauen. Somit funktioniert Kooperation und Teamwork bei uns eigentlich sehr, sehr gut. Wir versuchen allerdings dennoch über Instant Peer Feedback, das heißt Feedback, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst untereinander geben, Freerider im Zaum zu halten, im Rahmen zu halten. Und das funktioniert nach unserer Erfahrung deutlich besser als Interventionen des Chefs. Warum unterstütze ich ganz persönlich den Wiebern und auch warum unterstütze ich Fertweiß den Wiebern? Weil es für uns eine super Plattform ist, wo wir zum einen Seite die wissenschaftliche Expertise aus der Verhaltensökonomie bekommen und zum anderen, ja, diese aktuellen Themen aus der Praxis haben. Und das wird auf dieser Plattform wunderbar zusammengeführt. Und deswegen ist das für mich jedes Mal eine, ja, ganz große Quelle der Inspiration. Wir brauchen die Menschen, dass sie besser werden in Teams werden. Und für das, wir brauchen die Mechanismen zu entwickeln, die Kooperation favorieren. Das beste ist, wahrscheinlich, die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und die Liedern geben, die einen guten Beispiel geben. Das beste ist, wahrscheinlich, die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und die Kommunikation.